Ich bitte die Fahrgäste, sich an die Maskenpflicht zu halten, zu ihrem eigenen Schutz, zum Schutz der anderen Fahrgäste und auch des Fahrpersonals. Mein Name ist Al-Munsa Abdul-Kader, ich bin seit sechs Jahren Buslenker bei den Wiener Linien der Garage Leopoldau. Wir haben Schutzmasken bekommen, die wir im Bus tragen müssen, wenn wir zum Beispiel die Rollstuhlrampe aufmachen müssen oder eine Wagenumsicht durchführen. Man merkt schon, dass auch unter den Fahrgästen das Hauptthema der Coronavirus ist. Manche sind auch vorsichtiger, aber was auch sehr positiv rüberkommt, ist, dass sie sich viel öfter bedanken beim Fahrpersonal und auch grüßen und sich verabschieden beim Aussteigen und das kann auch gerne so bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017